Hallo ihr Lieben! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder eine brandneue Wutbox bei mir eingetroffen und ich würde sagen, die packen wir mal gemeinsam aus. Ja, das Packaging hat sich bisher nicht verändert, das ist immer noch genauso. Immer noch hier mit der Bandarola da drum und diesen Pappkarton. Hier ist es halt so ein bisschen offen. Das ist von hinten. So, und hier nochmal die andere Seite, wo auch nochmal Wutbox exklusiv draufsteht. So, die machen wir jetzt mal gemeinsam auf. So, ein kleiner Sneak Peek und dann das Ganze einmal zur Seite. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam rein. So, als erstes kommt mir das entgegen. Das scheint eine Figur zu sein, die man selber zusammen kneten muss, nehme ich mal an. Ja, genau. Also es scheint hier wie Knete zu sein. Wir machen es einfach mal auf und gucken einfach mal rein. Oh, es ist zugeklebt, da muss ich gleich erstmal eine Schere holen. Dann machen wir erstmal mit etwas anderem weiter. So, okay, das nächste ist das hier. Scheint ein Notizbuch zu sein, bzw. Notizheft. So, das Cover und dann einfach mit karierten Blättern, ja, wo man einfach was reinschreiben kann und von hinten einfach. So. So, wir legen es erstmal hier hin. So, jetzt schneiden wir das hier mal auf und gucken da mal rein, wie das genau aussieht. Also es sieht mir wie so Knete aus. Ich weiß noch nicht, ob da eine Anleitung bei ist, ob man das einfach nur hart werden lassen muss oder ob das gebacken werden muss, aber wir gucken jetzt mal. So. Also hier haben wir quasi diese Hautfarben und schwarz. Hier mal braun Töne. Sieht jetzt hier mal von dem... Hoppala. Von dem Bild aus wie die Narbe und die Haare. Ja, und hier für den Schal gelb und rot. So, jetzt gucken wir mal was wir hier noch haben. Auf jeden Fall hier so Werkzeug. Und ich glaube, das ist die Anleitung. Ah, okay. Hier haben die quasi einmal die Einzelteile, die wir haben müssen. Schaut mal, hier scheint auch braun zu sein. Hier unten an der Hose. Ah, und hier nochmal quasi die einzelnen Teile. Ja, wie wir was irgendwie zusammensetzen müssen und wie wir noch was in der Reihenfolge machen. Ja, cool. Das werde ich auf jeden Fall machen. Bin gespannt, wie gut ich das hinkriege oder wie gut auch nicht. So, wir schauen aber mal rein, was wir da noch so in der Box haben. So, und zwar als nächstes kommt mir hier eine Funko Pop entgegen. Das ist Jeannie Weasley und die hat das Notizbuch in der Hand. Sieht mir aus, wie aus Teil 2 kann man das schrecken. Schauen wir mal auf der Rückseite. Ja, da habe ich auf jeden Fall ihn schon von. Also den Nick. Und ich glaube, ich habe Harry mit der Allraune. Ich glaube, ja. Und Lockhart habe ich auf jeden Fall auch. Es erweitert sich auf jeden Fall. Wir holen sie mal raus. Für die Leute, die jetzt übrigens einen Anfall kriegen, warum ich meine Funko Pops auspacke, das mache ich immer so, weil wenn ich das nicht machen würde, müsste ich ein weiteres Regal anbauen, wofür ich keinen Platz anbauen. So, das ist die Funko Pop. So sieht sie aus. Und hier halt mit dem, mit der Schreibfehler, mit dem Buch. So, von hinten. Ja, cool. Die habe ich auf jeden Fall noch nicht. Das ist immer so eine Sache, ne, dass man die jeden Fall doppelt hat oder so. Aber die habe ich auf jeden Fall noch nicht. So, dann haben wir hier eine Kistenhülle von Gryffindor. Ich meine auch nicht, dass man da auswählen konnte, welches Haus man ist bei der Box. Ich glaube, man konnte nur die Größe auswählen. Ja, von Gryffindor finde ich jetzt nicht schlimm. Ich bin eine Ravenclaw, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Also, ich habe da diverse Merch-Artikel aus anderen Häusern. So, und wir kommen zum letzten Produkt. Das scheint das T-Shirt zu sein. Uh, das ist, das ist cool. Das ist wirklich cool. Schaut mal. Der fahrende Ritter. Das finde ich echt mega. Das ist ein wirklich schönes T-Shirt. Also, manchmal sind da T-Shirts bei, die gefallen mir nicht so gut, aber das ist wirklich richtig schön. Das sieht richtig cool aus. Ich mag den Scharenritter eigentlich sehr gerne. Finde auch, den Film sieht man den viel zu wenig. Ja, das war jetzt quasi der Inhalt der Box. Also, hier hinten haben wir einmal, ähm, ja, ein Notizbuch. Dann haben wir dieses DIY-Set hier, um Harry zu machen. Kann auch sein, dass es da noch mehrere Sätzungen gibt. Also, vielleicht von Hermine und auch von Ron. Ich gucke gerade mal, ob man hier irgendwas drauf sieht. Aber, kann ich jetzt nichts irgendwie sehen, dass hier irgendwie voller Collect oder sowas draufsteht. Ja, dann haben wir auf jeden Fall die Funko Pop. Gerade die hat ja schon relativ hohen Wert, muss man sagen. Dann haben wir das T-Shirt und die Kissenhülle. Ja, auf jeden Fall, wie ich finde, wieder eine sehr gelungene Box. Tolle Sachen dabei. Auch diese DIY-Sachen finde ich ganz cool. Ich habe da auch noch zwei so Sachen stehen, die muss man aus Holz zusammenbauen. Das muss ich auch mal unbedingt machen. Also, solche Sachen finde ich immer ganz cool, dass die dabei sind. Ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch sehr über ein Abo oder einen Kommentar freuen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020